hallo leute und willkommen hier bei me apple cat und zur beta 3 von ios 17 jawohl offiziell draußen die developer beta mit sie war gar nicht mal so groß 869,5 megabyte hier auf dem iphone 11 natürlich wir schauen was steckt drin aber erst mal was hat der speicherplatz getan so viel hatte ich vorher frei 26,07 gigabyte und hinterher 25,85 komischerweise haben wir da etwas verloren so aber wo wir nicht verloren haben ist an features aber auch nicht wirklich gewonnen dass eigentlich könnte man hier sagen das ist ein splash screen update ja denn ich habe nicht hier ein splash screen mit wasser dazu gleich noch sondern ja hier ganz viele splash screens waren in den apps drin einmal hier in der notizen app gab es dann einen neuen wo dann schön erklärt wird was man alles machen kann in freeform gab es einen neuen auch hier bei den erinnerungen gab es einen splash screen mit erklärungen das gleiche in der podcast app und das war es dann auch schon es gibt eine kleinigkeit hier unten in der mitteilungs app dort gibt es ja dieses menü wenn man hier drauf geht bekommt man ja diese schöne neue ansicht und hier bei fotos ich komme ein bisschen näher mit euch ran ich hoffe man kann es erkennen hier bekommt man jetzt immer das aktuellste oder neueste foto direkt oben als symbol angezeigt kann ich euch mal zeigen merkt euch das hier mal ich gehe mal flott in die fotos app rein und wir wählen uns einfach mal hier ein anderes aus hier vom kater zum beispiel dann mache ich einfach mal flott einen screenshot so jetzt ist das das aktuellste foto wir gehen zurück ich mache das menü noch mal zu mache es neu auf und ja da kann man sehen da ist das katerchen jetzt ganz aktuell als neues foto angezeigt das ist ganz nett und man kann hier natürlich jetzt auch ein bisschen was einstellen wie man es gerne hätte nur die kamera nach oben nach unten das menü ist frei anpassbar geworden tja aber viel mehr war es dann auch schon nicht was mir noch ein screenshot was mir hier bisher aufgefallen ist und deswegen gibt es auch einen nachtrag zu den live fotos die man jetzt hier schön nutzen kann auf dem lockscreen ihr seht das ich muss da gar nicht mehr wie früher mit fingerchen draufdrücken dass sich was bewegt sondern jedes mal beim entsperren wird eben das live foto hier wunderbar animiert und wie das geht das will ich euch jetzt noch zeigen das ist aber auch richtig schön das finde ich richtig klasse und es geht auch kinderleicht ihr geht einfach in eure fotos app rein sucht euch dort ein schönes live wallpaper raus ich nehme jetzt noch mal hier das gleiche ihr seht wenn ich da drauf drücke fließt das wasser hier runter dann hier unten auf das teilen symbol gehen und als hintergrund bild und dann seht ihr auch schon wird hier beim ersten mal immer so ein bisschen gerechnet und dann wird euch hier angezeigt jubelt kann man als live wallpaper benutzen und dann einfach nur noch hier oben hinzufügen und fertig ist die laube und das sieht richtig cool aus so das war jetzt aber keine neuigkeit zu beta 3 das war nur ein kleiner nachtrag deswegen gehen wir auch direkt mal zu den geekbench werten und schauen mal was das hier leistungsmäßig so gebracht hat das update dafür gehe ich in die history unter cpu benchmark und das sind die werte 1298 im single core score und 3226 im multi core score und wir schauen noch mal in die historie und sehen im single ging es leider mal wieder etwas zurück dafür ging es im multi ganz nett nach oben insgesamt aber ja in ordnung würde ich sagen das ist in ordnung da hatten wir schon schaut euch mal die werte hier an mit unter 2000 im multi core hier mit 3200 liegen wir da schon ziemlich gut im rennen ja compute benchmark das ist der grafik benchmark 7565 punkte im metal score und das heißt da ging es ordentlich nach oben von 7161 also gute 400 punkte nach oben respekt mein lieber apple oder mein liebes iphone das ist ein fetter sprung ja fast schon ist das ein rekordwert ich glaube das ist hier ja tatsächlich wir haben einen rekordwert na gut so viele habe ich auch noch nicht gemacht dass hier sind alle auf dem iphone 11 aber so hoch war es bisher noch nie also ein metal score rekord ja aber mehr rekordverdächtiges steckt hier aktuell nicht drin wir sind ja auch noch in einer frühen phase das wird ja erst im september ausgerollt wir sind in der beta 3 da kommen bestimmt noch vier betas und mal schauen was apple uns hier sonst noch beschert aber für heute wäre es das danke fürs zusehen bis zum nächsten mal macht's gut